Farne entwickeln sich zu Trendpflanzen im Ziergarten. Ihre Laubwedel können sehr unterschiedlich geformt sein. Mal erinnern sie an eine Wendeltreppe und es gibt sehr filigrane, hübsch angeordnete oder wilde, aber auch gestreifte Wedel. Die meisten treiben grün aus, einige in tiefrot. Wie dieser opulente Kettenfarn zum Beispiel, der aber nicht ganz forsthart ist. Nichts verkehrt machen können sie beim Filigranfarn Herrenhausen. Er ist wintergrün, für Sonne und Schatten geeignet und er verträgt Trockenheit gut.